Musik Hallo Sarah, ich bin wieder da. Mama, hast du mir was mitgebracht? Na klar doch, mein Schatz. Danke, Mama. Ist schon okay. Mama, bringst du mir bitte mal ein Eis? Ja, klar, ich. Was ist denn hier passiert? Sarah, was hast du denn da gemacht? Magst du den Teddy denn nicht? Doch, aber ich wollte lieber einen Eisbär. . . . . . . .